herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von let's play um sie zwei ich glaube vor knapp zwei oder drei jahren oder so ich weiß gar nicht mehr waren wir schon mal auf dieser map aber nur im stream heute sind wir es in der folge herzlich willkommen zu bad nauheim müsst glaube ich eh stimmen bad nauheim und ja wir fahren alle linien durch das habe ich schon mal gemacht aber dass dann habe ich irgendwann mal die map verloren ich habe diese map geliebt wir fahren sie einfach mal noch mal ja so mit dem 1999er hamburger bus hamburgers stadtbus einfach warum wir mit dem bus fahren einfach weil ich bock auf das ding habe so da ist falsch rum oder ja das richtig doch alle einsteigen die ganzen wichser adat die hupe schon wir haben 17 grad als maul der hat schon nämlich die moderne hupe die was zum beispiel auch da gg hat herr kollega du kannst warten du fährst vor allen dingen nicht zum freibad da fahr da fahr ich hin alter wie laut ist es hier wir müssen hier oben drin deswegen ich wollte eigentlich ein doppelgelenker nehmen ab so aus dem grund hier nicht genommen ach so die linie 2 fährt hier vorbei ansagen müssten automatisch sein ja will keiner waren wir weiter ja jetzt ist verschissen die ansagen sind ganz leise alter und knallt hier fast feedback so macht so und war da mit dem hallo hallo Essen. So, Bruder ist ja ganz entspannt. So, mit so einem richtig alten Bus halt. Naja, was heißt alt, der ist 22 Jahre alt. Naja, ist für den Bus jetzt eigentlich schon alt. Der hat 61.000 Kilometer. Steht da unten. Aber ich glaube, dass das fake ist. Einfach aus dem Grund, weil sich da unten nichts bewegt. Hier war glaube ich ein Thumbnail mal. Also ich glaube, hier ungefähr habe ich das Thumbnail mal gemacht mit dem gelben Bus da. Aber das weiß ich dann keine Ahnung, wie oft gesehen habt, wenn ich gestreamt habe. Falls ihr das eben, ja, falls ihr das halt noch kennt. Dieses Thumbnail mit dem gelben Bus halt, wo Linie 1 gestanden ist. Das war, äh, hier ungefähr. Aber halt nicht in der F4-Hansicht, sondern in der F3. Das war, äh, hier ungefähr. Okay, was war das? Hallo. 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 Ich glaube, eine Linie hier auf der Map bin ich sogar mit dem AGG gefahren. Ich glaube, das war die Linie 2. Ich glaube, hier ist auch mal eine Baustelle bei irgendeinem Szenario. Also gewisses Datum Baustelle. Muss ich halt mal durch alle meine Streams gucken. Schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was? Ist der Boss voll? Ist der Boss voll? Oh ja, der ist gut gefüllt. Aber ob er voll ist, ist die, ja... Der ist glaube ich... Ne, da sind noch Sitz... Never Mind. Da sind keine mehr. Gest темпер. Halt, hast du da. Alles klar, Digga. Er fährt einfach durch mich durch und ich habe keine Kollisionen. Kurzläufer, 1, 2, 3, 4, 5. Warum kann es so ein System hier, warum kann es so ein System hier nicht einfach woanders halt geben? Weil so ein System wird, glaube ich, in den meisten Städten echt gut ankommen. Also dieses Hauptbahnhof-System hier. So eine extra Straße für den Bus, hier die Haltestelle, so. Das wäre echt ein gutes System. Ah, die Anzeigen funktionieren sogar. Freibad, das sind wir gerade. Die wollen rein, das sehe ich. Ach so, die Karre ist voll. Ich glaube, ich hätte ein AGG nehmen sollen. Mal gucken, vielleicht fahren wir Linie 2 mit AGG. Der hat so ein Hauptbahnhof-System. Das wäre perfekt. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir vorstellen, dass hier reingeht. Dabei war da eh ein Hilfsfall oben. Den man aber nicht gesehen hat, wirklich. Ich glaube, dieses Map ist einfach nur geil. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Jetzt geht's safe nach links. Digga, ich weiß sogar noch, dass es hier noch nach links geht, Digga. Oh, da ist grün. Digga, wir bekommen einfach direkt grün. Der Raum knallt fast Feedback bei diesem Bus zu hart rein. Die Nachtlinie fährt hier auch durch. Da ist der Kollege im Solo-Bus. Ja, wir rollen. Bruder, kauf dir Gelenkbus, du Schwanz. 18 Grad im Bus an die 19. Ich höre einfach vom Kollegen die Tür. Und den Kollegen selber höre ich auch. Alter, wie leise ist unser Bus. Das ist ja eine leichte Straße. Ist das hier ein Abstellplatz oder sind das Parkplätze? Ich denke mal Parkplätze, weil hier nehme ich viele Wohnungen. Hallo. Digga, wie gut du mit dem Ding bremsen kannst, ohne dass sich die Leute beschweren. Das ist geil. Beim AGG 300 kannst du eine Vollbremsung machen. Die Leute werden sich nicht beschweren, weil die Bremse einfach viel zu schwach ist. Also das, was wir jetzt gerade an Bremsung gemacht haben bei dieser Haltestelle, ist nicht mal das, was du mit dem AGG ansatzweise hinbekommst am Bremsen. Ah, die, was bekommst du beim AGG nicht hin? Liesthaler, acht Pfeile. Da denke ich nur an Liesthaler. Au. Bruder, wie weit ist hier der Gehsteig raus in unsichtbarer Form? Das ist hier das Fernlicht, oder? Ne. Hä? Das gibt keinen Sinn. Da war anscheinend unsichtbarer Bordstein. Badstraße. Knickschutz. Hallo? Ich glaube, da vorne sehe ich schon eine Haltestelle. Ah. Ah. Warn, wir haben es geschafft. Easy, alles okay. Okay, gut, meine Damen und Herren, damit würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir die Linie 2 fahren, beziehungsweise die Nachtlinie, weil ich möchte auf dieser Map alles fahren, was geht, weil wir haben nämlich eh nicht viele Linien hier, weil wir haben nur die 1, die 2 und die Nachtlinie. Und wenn es geht, suche ich das Szenario raus, wo oben bei dieser einen Haltestelle vom Hauptbahnhof, also bevor der Hauptbahnhof kommt, die eine Haltestelle, da das Baustellen-Szenario zu suchen. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, hat rein und tschüss.